Der Frühling ist da und mein geliebter Balkon braucht dringend ein Makeover. Also habe ich Pflanzen online bestellt und nein, ich war da jetzt nicht super happy mit. Es hat sehr lange gedauert und der Kundenservice hat sich leider nie zurückgemeldet. Aber irgendwann kamen meine Blümchen dann an und ich konnte loslegen. Warum ich online bestellt habe, wurde ich oft gefragt. Ich habe keinen Führerschein und ich brauchte viele Pflanzen. Außerdem konnte ich so bequem von der Couch aus planen und musste meine Männer nicht in den Blumenmarkt schleppen. Nächstes Jahr dann vielleicht im eigenen Garten und dann fahre ich auch zusammen mit den Männern in den Blumenmarkt. Mein Balkon ist fertig und ich liebe ihn und der Kleine auch. Was sagt ihr?